so ich habe mal unsere mädels meine mädels mal überrascht und zwar heute machen wir einen segeltörn ja gut man kann nicht alles haben das ist der Brooklyn Bridge Park nennt man das hier 4 1 2 3 4 5 6 und überall sind aktivitäten hier vor uns ist ein Park süßes kleines Segelboot da vorne ist noch ein Pärchen das auch gebucht hat ja und jetzt fahren wir hier raus und das ist eine mega Nummer also ich finde es mal einfach klasse so